Jo Leute, heute gibt es, äh, hatte ich mir mal rausgesucht, Protein Pancakes und die werden wir jetzt mal machen. So, die Bananen. Zack. Ja, das geht doch relativ gut. Das flutscht doch, würde ich sagen. Dann noch 20 Gramm Eiweißpulver. 20 Gramm, also ich habe hier gerade jetzt von ESN, ähm, Erdnussbutter, Geschmack irgendwie. Ich glaube, das nächste Mal hole ich mir Bananen oder Erdbeeren oder so. So, das halten jetzt 20 Gramm rein. Das waren zwei Eier und eine Bananen. Das Eiweißpulver jetzt hier rein. Das Ei. Die Eier. Da. Platsch. Ach, so. Also ich habe jetzt noch ein paar Raspelschokoladendinger von Saatbutter, die kann man ja noch reinschmeißen. Positionswechsel. Schrauber. Oh, Öl. Et voilà. Fertig sind die Protein Pancakes. Wir sehen zwar jetzt nicht aus wie 1a, aber reicht für einen Jorten, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn Purple am Kochen ist. Solange nicht dein Mund zu dem Bierglas geht, ist das gut. Ich bleib überhaupt genützt und es ist nicht heiß. Ich bin nicht schwarz. Nun. Ich habe die Zeps.